Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Heute mal eine reine Gerüchte-News. Ich habe da so ein paar Gerüchte mitbekommen, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Kann also sein, dass eure Augen gleich weit aufgerissen werden. Gerücht Nummer 1. Fiat und Renault könnten den größten Autohersteller der Welt bilden, was bedeutet, dass die Franzosen Ferrari-Motoren einsetzen könnten, die besser und zuverlässiger sind. Gerücht Nummer 2. Angesichts des schlechten Starts von Pierre Gasly bei Red Bull soll es beim Monaco-Wochenende erste Gespräche mit einem anderen Fahrer gegeben haben. Dabei handelt es sich um Nico Hülkenberg. Sein Vertrag läuft Ende dieser Saison bei den Franzosen aus. Sollte der Franzose beim österreichisch-britischen Team nicht die erwarteten Leistungen bringen, könnte er 2020 durch den Deutschen ersetzt werden. Gerücht Nummer 3. Aufgrund des schlechten Starts von Ferrari in diese Saison, könnte Sebastian Vettel nach dieser Saison seinen Fahrerhelm und seine Fahrerhandschuhe an den Nagel hängen. Seine möglichen Nachfolger könnten entweder Daniel Ricciardo oder sogar Lewis Hamilton werden. Das behauptet zumindest die Quelle. Stimmt mal oben rechts in der Infokarte ab, welches Gerücht könnte eurer Meinung nach am wahrscheinlichsten sein. Hat euch das Video gefallen, dann Daumen nach oben. Wollt ihr mehr Formel 1 Videos von mir sehen, dann abonniert doch den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.